So, und damit wieder Herzlich Willkommen zurück bei KAMPF KULOSS! Ich habe mich jetzt entschieden von Lauch mit Bauch zum Held von Welt. Dei Schmoktron Odyssey. Äh... Reparaturdienst. Ist mein Herd auch kaputt? Nö, ach ne, wir haben nur 3 Uhr und können daher nichts kochen. Dann einmal pullern und weil wir heute Montag haben, heißt das, wir können Gym. Schildfresse, 3 Uhr morgens, 4 Uhr morgens erstmal ab ins Gym. Das ist so das richtige Tier. Das ist richtig der Weg der Kante. Wenn alle noch müde, die in ihrem Bettchen sind, wird Schmoktron schon Gewichte sterben. Waaahhh... Sich dann über Proteinshakes austauschen... Jetzt ist sogar schon jemand, wow. Schweres Gewicht heben. Oh, passt. Also, vieles Geräte besitzen. Warte, wie mach ich denn Karros mal nochmal hoch? Okay, einfach Gespräche führen. Ja, so cool! Ja, so cool! Ja, so cool! Ja, das funktioniert aber sicherlich. Oh, ich fang an zu stinken! Ja, ja, Lurie, du durftest sicherlich nach Pinienkernen, ist klar! Hallo? Wolltest du schon? Junge! Was für Gita! Ist das so ein Schnuckelchen? Trotzdem bumsat sie immer mit ihrem anderen Typen da rum. Das sah gerade sehr falsch aus. Ich will den Karros mal Punkt haben! Was hat er gerade mit dem Toll gemacht? Keine Ahnung! Okay, ich bin auf den Sack! Ja, 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 ja. Sehr schön. So, können wir hier eigentlich auch was essen? Die Getränke engagieren. Ah, da ist eine, das ist eine, das ist eine für den Schmiede. Ja, das ist ein schönen Veggie-Burger. Da haben wir uns verdient. Ja, super, da will ich jetzt sargen. Ne. Sollte unser Gym-Day. Gehen wir uns hier nochmal den Jürgen würgen. So, noch ein bisschen Muskelmasse. So. Oh. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich finde es ja schade, dass es hier nicht so eine Hantelbank oder sowas gibt. Da so einen Körper soll er haben. Von Don Lothario. Soll ich... jobben gehen? Einige Bedingungen, ja, dass wir die Bedingungen geben, wenn wir nur nach Bedingungen fragen. Ja. Oh, wir haben jetzt Kohle bekommen. Quatschen wir doch mal ein bisschen. Machen wir doch mal ein bisschen Soziales wieder hoch. Können wir schon flexen? Ja, können wir hier Muskeln zeigen. Ist aber immer noch ein kleiner Wambo. Der sieht aus, als wäre der nur hier, um die Mädels anzugaffen. Ja, langsam zurück nach Hause. Schmocki wird müde. Schlafen. Schmocki muss heute wieder zur Arbeit. Muss da Leidenschaft zurückgewinnen, wenn er das doch hat. Mal sehen, wie viel wann. Oha, scheiße, ich hab was vergessen. Nein, Mist. Nein, Mist. Was? Was? Oh, das muss so entspannt gerade sein. Da. Ist das funktioniert? Ja, hab ich doch versucht, geht aber nicht. Das ist Hip Hop hören. Okay. Das können wir aber noch machen. Alternative. Das war wieder das lustige Musikwechselspiel. So, hin zur Arbeit. Voll inspiriert. Voll gut drauf. Mit dem gegnerischen Maskottchen kämpfen. Nein, er soll seinen Job nicht verlieren. Sarah Weber. Folge deinem Herzen, kleiner Waschbär. Mal schauen, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht nach Beförderung aus. Ja, befördert zu Tanzgruppenleiter. Aber was? Wow. 31 Dollar die Stunde. Er hat einen Bonus bekommen. Neue Kleider. Mittwoch, 14 Uhr. Das sind jetzt 14 bis 21 Uhr Arbeitszeiten. Das ist eigentlich gar nicht mal so geil. Tanzgruppenleiter, ja. Wir gucken mal, was so eine hausinterne Muckibude kostet. Ähm. Nicht Aktivitäten, nicht Kinderaktivitäten. Ähm. Normale Aktivitäten. Gitarre, Musik, Kreativität, Logik, äh. Garagentor. Aus der Verbrecherkarriere. Nice. Polybuilder. Sannexis Hantelbank. Level 9. Schmuggler der Astronautenkarriere. Okay. Das heißt, die Sachen, die man noch extra freischaltet. Und dann haben wir hier Basketballplatz, Bowlinghalle. Laufbänder und Multitrainingsgerät. Einfach mal gönnen. So, was hat er jetzt? Zehn Stunden beim Training verbringen. Das ist sogar einfach. Hehehe. 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 Ja, komm schon. Komm schon. Pumpen. Hallo? So. Sollts pumpen. Will ich schwitzen sehen. Hehehe. 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 Und jetzt hast du genug gefämmert. Jetzt darfst du aufs Klo gehen. und was will er hören? er will amerikaner hören hiphop und mit sarah plaudern, was können wir morgen machen? erstmal geht es ins haierbettchen so schlafen, dann nicht essen, dann haben wir nämlich sogar noch Zeit ein trainingsgerät trainieren, damit fleißig sein, ok ok Wir können ja mal jemanden einladen, ne? Sozial... Bella! Wir erinnern uns alle! Ich glaub, wir nehmen die Pancakes. Auch wenn wir uns nur vegan ernähren, ist so ein Pancakes zwischendurch mal ganz in Ordnung. Oh, das klang auf so vielen Ebenen falsch und böse. Oh, die ist schon Orni! Da könnte was laufen! Schmocki geht hier direkt ran! Nein, Schmocki funktioniert hier gar nicht. Das lief jetzt gar nicht gut. Das fehlt schon wieder an der Charisma. Wir brauchen viel mehr Charisma. Ja, tschüss. Also bei der landen wir schon mal nicht. Schwieriges Publikum. Ich bin gespannt. Am Ball bleiben, weil da am Ball ist. Hm. Kann ich Sarah anrufen? Der haben wir hier nicht drin, oder? Nö. Ok. Steht hier vielleicht zufällig gerade hier draußen irgendwo auf dem Park rum? Ja. Wir müssen hier... Wir können Anmachsprüche üben. Ich stelle mir gerade mal vor, wie das klingen würde, wenn ich vorm Spiegel stehe und Anmachsprüche versuche. Ich glaube, ich würde mir selbst einen Korb geben. Ich würde mich selbst kockbrocken. Das macht ihm sogar keinen Spaß. Ach, das macht ihm sogar keinen Spaß. Kochen macht ihm Spaß. Ok, schlafen. So, und mit dem Haierbäckchen beenden wir jetzt auch die Folge. Es geht voran. Es geht langsam voran. Ich danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, reingerockt. und mit dem Haierbäckchen. aber es geht noch nicht darum.